Und damit seid gegrüßt mit den Zwerge, Genome Hobbits und Endodem zu einem neuen Letztest erstellt von Mr. Wuchs, seht ihr schon dort unten. Ja, letztens neulich erst haben wir das das Paluten Game von Mr. Wuchs gespielt. Jetzt haben wir auch ein GLP Spiel. Der Mr. Wuchs hat ein GLP Spiel gemacht. Jetzt können wir hier mal den GLP spielen. Das ist den kleinen Fratz. Oha. Palutens besten Freund. Ja, jetzt haben wir ja auch Lava. Können wir so sterben. Auf dem Laser-Kanon in den Händen. Na dann. Schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Ist mal wieder ohne. Ohne Spiele Musik. Da muss. Oh Scheiße. Das habe ich nicht kommen sehen. Dann werde ich wahrscheinlich wieder im Schnitt Musik empfehlen müssen. Ja, auch ein bisschen Minecraft. Black & Motto und Plattformen. Uah. Verdammt. Hier müssen wir lang. Ups. 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 Nicht zu lange. Verdammt. Nicht zu lange auf der Plattform stehen bleiben. Nein. Das war zu knapp. Das war eine knappe Sache. Oha. Eis, 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 Baby. So. Hier. Wir haben es geschafft. Schade. Ich dachte, wir können die Dinger hier zerstören. Stand. Ähm. Wie lang? Nein. So. So. Ohne Musik ist das halt hier ein bisschen. Ja. So hört es sich ohne Musik an. Somit. Hier halten wir ein paar Soundgeräusche. Soundgeräusche sind da. Uh. Das war knapp. Oh. Sehr schön. Und was machen die so? Oha. Ich dachte, ich hätte es schon verkackt. Was ist unterrein hier? Bosskampf oder was? Oh ja. Und da, 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 da. Was ist das? Wen haben wir denn hier? Palle. Als Bossgegner. Riesen. Verdammt. Nein. Wir fangen hier bei Null an. Jetzt müssen wir Bassmusik in, ähm, in Schnitz dazu packen. Verdammt. Wir müssen einen nur einmal berühren und schon müssen wir runter von der Plattform. Wir müssen mal ausweichen hier. Oh, lieber Roni. Lieber Herr. Mein lieber Herr. Hier. Das ist ein bisschen härter hier. Nein, 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 nein. Verdammt. Jetzt müssen wir hier aufpassen, wo man hinlatscht und wo man sich treffen lässt. Nein. T Joey. So geht das noch, so in, verdammt so nicht mehr. aufpassen dass man sich am rand treffen lässt beziehungsweise nicht am rand treffen lässt ist dass man hier mit der platte bleibt unter sich nicht nein verdammt das war schon zu eng ein bisschen krasser ein paar luten warum ist dann böse geworden wie wir passen was hat denn die pp getan der postkampf ist schon ein bisschen härter als im ersten teil als ein paar luten game ein paar luten game hatten wir hier als boss ein bisschen ich habe es trotzdem hingekriegt schneller schießen als er kommt angeschoben angeschwebt das habe ich schon gekriegt ein bisschen weggerockt es war durch mein rückstoß muss eigentlich fast jeder treffer sitzen eine menge an xp xp kommen wir noch aus welchen wenn es trifft können wir uns irgendwie noch natürlich eine möglichkeit nur irgendwie noch nach rechts stören könnte man noch auf die platte ich glaube das ist nicht so wirklich das diesmal nicht ich habe mich nicht getroffen und dann immer wieder darauf loslaufen damit sie nicht runter verdammt so knappe sache und kurz vorm ende werden ihn schon fast was schwebst du hier in der luft ach dreck da kommt immer auf die platz haben hier schon fast dreckig los 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 nicht daneben kommt er aus der luft zu steuern dass man die noch verhindern kann von der plattform rote zu springen man kann eventuell springen das ist eventuell eine möglichkeit ach dreck das wäre natürlich eine möglichkeit wenn man noch über der lava schlägt dass man da noch mal verdammt was effektiv mit dem springen ausweichen und darf nicht treffen ach dreck stunden später nach folgenden sendungen verzögern sich nun unendliche zeiten ach komm das kriegen wir noch hin ach das hätte ich fast geschafft mit Nein Nein Palle Ich will Und diese möchtest mich nicht doch du ziehst minh sehr gut wir hatten ihn verdammt noch ein bisschen noch ein bisschen weiter bleiben müssen und dann sind wir gestorben kurz vorm ende nochmals aber fallen ist nicht gut herzlichen glückwunsch abonniert schließen wir haben es geschafft macht das mal der doch im youtube kanal schon mal bei dem vorbei das damals aber da lassen sich bei mir auch ein abo da eine weitere tonne ist das 10 volt bei gp und paru könnte auch abonnieren großartig youtuber ja dann habt ihr noch einen angenehmen fürstlichen tag heute auch immer und man sieht es im nächsten letzten test wieder bis dahin tschau so ist das so Untertitelung des ZDF für funk, 2017